Ich bin ein Herakibot, mein Name ist ein Parigi-Gott von Irenland. Ich bin hier in der Sokolonie, wo mein Leben ist. Ich bin hier in der UNT. Ich bin hier in der Kirche. Ich bin seit 2013, als ich in Deutsch war. Ich wurde auch hier, weil ich eine halbe Zeit habe. Ich bin hier in der Kirche, wo ich in der Kirche verteilt wurde. Das ist ein Schreckfall, da war es nicht so. Das ging von uns, da war es so weit und das war es so weit. Das war ein Gratis in den Süden, mit Schmiken und alles. Da war es auch nicht so weit, da war es so weit. was wir auch. Und dann, dass wir dann schon lange hier und was wir, und dann wurde ich ein Jahr gefangen, und ich wusste, dass wir an einem Tag sind und das Leben zu bemerken. Und was dann hat wir dann getan, dass wir gemeint waren, um zu befreien. So, dass wir dann auch dachten, dass wir gemeint sind, um zu befreien. Wir haben einen schönen Anzug. Und in der Gegend war ich, dass das, du hattest nicht in Gründen an, dass ich gemerkt, ob wir die Proben so gut wir dann können, wiederzuleben. Und dann klar, dass wir uns aus der Doktor geschworen, wo wir hier dann einen Kornierraum fahren, an Sachen, wo wir leben, und dort wir ein Lebenort besagen und unsere Kinder, die wir dort nicht haben. und dann, äh, dass wir wollen, dass wir unsere Kinder etwas besser haben. Und wir wollen für uns auch nicht etwas besser werden. Wir werden, wie wir noch einmal gemeint werden, wie wir hier waren, dass wir uns gut haben, dass wir unsere Kinder etwas besser haben. Und die Tüchung wieder, und wir wollen noch einmal vielleicht kennen, und die Verlangen wird uns immer geraten, dass wir unsere Kinder etwas besser wollen. Und, äh, was wir da gerade noch tun wollen, und wir wollen noch wissen, wie wir nicht, oder was wir können, oder was wir heute nicht verlangen können, oder was wir überbeten können. Und, äh, an den vergangenen Jahren, wir dort dann, was Gott, äh, Isak und Lisa uns Leben dann traten hat, und da von uns machte da und von Gott vertrauen, und uns von der Bibel zu lernen. Und wir haben da die Lied. Und, äh, das sind vielleicht wie ein paar Jahre dann vorbei gegangen, was wir mit Isak und Lisa sagen, die Lied haben von der Bibel. Und wir denken ja, was, wie wir nicht so recht verstehen können, was, äh, ich meine, äh, Religion wurde uns eine Woche gelehrt, äh, die Bibel seht nicht über so viel Wunder, und dort hieb ich über viel Merkopf hier über die Bibel reden. Aber einer weiß nicht, fragt, äh, was wir lernen. Wir wissen, dass der Hotel ist von uns gestalten, wir, von uns aufgestanden, und alles, was wissen wir, oder wir sind Dinge, wort einer nicht, wort einer nicht verstauen können. Und, äh, und, äh, und wir lernen über Meier, in Armeier, wort er beherren was der Dinge, wort wir nicht klar werden. Und, äh, und, äh, und, äh, in den 27 Jahren, äh, die wir immer nicht gemäht, äh, wie, äh, in den Plädten, wort er, äh, in den einen Hohen, wort er, äh, in der Bootschaft, und, äh, wort mich einmal nicht klar werden, als, wann, als, was wir lernen, oder als, wenn die Bibel sagt, dass wir machen so weiter ins Tengen, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und, da, wie wir haben wir nicht ganz klar, wo das meinet, und ob das deutsche Kredi davon reden leid, der sagt, wenn einer zu einem zwei, drei oder zehn würde ein schwarter Papier, ein wettet Papier wiesen, und die sagen, wenn einer ein wettet Papier würde den wiesen, und die sagen, das ist ein schwarter Papier. Und der würde nicht leid, wenn es ein schwarter Papier wird, weil er dann seine Freunde sagt, das ist ein schwarter Papier, und wir sagen, die Freunde sagen, das ist ein schwarter Papier. Und dort, wo mir klar wird, wo die Bibel sagt, das ist ein schwarter Papier. Und dort, wo mir klar wird, wo die Bibel sagt, das ist ein wettet, was Religion anzilliert hat, was nie, das ist nicht. Ich würde nicht sagen, das ist ein wettet, aber das ist nicht zum eigenen Leben. Und dort, wo mir klar wird, was die Bibel sagt, dasselbe und das, was Religion anzilliert hat, dort nicht sterben bleibt. Und dort, wo mir klar wird, und ich lasse mir nur zu sagen, das ist ein schwarter Papier. Und ich wusste, dass, wenn die andere Zeit, da wo ich mit denen aufmacht kann, ein Himmel an war, dass ich hier nicht gut hier auf ihr geblieben darf und ich wusste, dass ich euch mit Leben habe. Und von so an, das Leben wird, wir leben in der Wege noch, dass wir, das war ein schwarter Team, wo wir in der Kirche wohnen, oder eigentlich zwei schwarter Team, wo wir an den Kirchen eingefallen wollen, wo wir dann an Gott sind gut angehen, wo wir dort, wo wir uns gegräbt bringen und an uns anmut geben. Und wir dann schwarter Team, wo wir dann nicht wissen, was wir haben wollen, weil wir dann an Gott sind gut angehen, wo wir dann gegräbt haben, und wenn es nach Gott von der auch schon da auch, wo wir schwarter Team gleich rund haben, und ob er an Gott sind gut gegräbt bringen können. Wir haben uns die Entscheidung von der zweiten Lüten aufgeteilt. Das geht nicht, dass ich der ökische Dopp über uns zu verschmerken, aber von uns wird auch nicht die Dopp zu machen, sondern die Dopp der Befriedungstopp. Dadurch haben wir uns die Entscheidung von der zweiten Lüten. Von hier nicht mehr, weil wir dann auch da schön verhalten. Hallo, mein Name ist Maria Hiebert, und ich glaube, was sie in den Zweignelsmetern von Vortgaard und im Leben die Dünn hat. Ich war ein Kieser in dieser Kronie, eine fruchtische Gemeinde, eine Familie. Und ich lebe so, dass alle Menschen drehen dran, ich bin eigentlich in einer Jugend mit einem Mann, aber alles wird in der Jugend dann noch besser. Und ich freue mich, dass wir noch ein paar Dollar, und dass einem auch zu sein können, und er will auch wieder sein. Und wir werden dann die Dopp durch die Dame am Leben mit einem Mann zu fahren, und wir haben dann auch noch eine Beziehung, und wir sind dann auch immer von uns alle bei uns, und wir haben uns auch alle bei uns gemacht. Ich bin heute bei uns bei uns gekommen, dann war wir uns an der Be uns mit der Dünn. und die Heimte sind. Sie haben alles geboten, die wir uns beföränden können. Wenn dort eine einzige Stelle wird, dann geht es uns beföränden. Das wird uns beföränden. Wenn wir diese Anbieter haben, dann werden wir uns beförändigen, dann geblieben und dann getrennt das Leben. Leben. Und wieder an der Schmiedag, wir befrieden uns. Und das ist nicht lange nur, dass wir befriedigt werden, aber ich finde, dass ich nicht gut sein darf, wie ich meine zu werden. Ich finde, dass ich auch alle Dinge erreicht habe, was ich heute selbst habe. Und ich finde, dass ich meine Gedanken habe, dass ich das einmal vor euch zu merken habe. Und ich finde, dass ich nicht mit dem Recht mehr habe. Ich finde, wie ich meine zu werden will. Und wo kann ich dann wieder geben? Und da war es sehr, wie wir hier bei den Tieten noch wieder, eine Tiet. Und ich finde, dass wir darauf gekommen sind. Wir sehen es auch allein. Und dann habe ich auch immer an und alle diese Dinge. Wir kaufen uns eine Plotische Bibel über den Tieten. Und ich finde, dass wir den Bibel lesen. Aber ich habe mir einen Schritt, wo ich lese, den Bibel nicht. Ich habe Angst, dass ich alles sagen kann. Ich kann nicht verstehen, was ich ist. Aber ich habe Angst, dass es nicht so gut ist. Und ich habe Angst, dass sie das Gott versteht. Und ich habe Angst, dass ich nicht verstehe. Aber ich konnte nicht verstehen, warum ich das Gott verstehe. Ich dachte, dass er wegen Lieber nicht haben braucht. Ich konnte es nicht verstehen. Und so, ich war, dass es, wie ich darauf gedacht habe, dass ich mir gedacht habe, dass ich etwas immer vor euch zu merken habe, was ich auch gemacht habe, und ich kann etwas nicht aufstehen, was ich verstanden habe, und was die Bibel sagen habe, und was jetzt hier in der Kirche gestorben. Und das Wort sah auch, ich fand, dass ich etwas nicht wieder tun kann, so wir traten in Ontario zum Mathe Hub nicht, dass du wieder besser sein würdest, denn du könnt alle Menschen sein, aber da würde ich nicht so viel Tüß allein sein, und dann habe ich nicht so viel Tüß zum Dähen. Und wenn wir das Tüß, was wir da haben traten, habe ich davon vergeten, wenn der Tüß hat vom Beitrag, dann habe ich wieder einmal zu beachten, so ich dachte nicht zu viel, und was wir durch einmal beachten, dann kamen wir sie da und treten in Hünscheuseier. Und, äh, bei dieser Zeit hörten wir an das vierte Bebe holen, und wir haben ein paar Kinder an das Altsbier fahren, auf jeden Fall, und, äh, ich, das war, ich, das war, ich um vom Grundmitte, gegen in den Tag, ich mache Angst mit anderen, ich hoffe nicht, dass ich das wieder leben, doch, äh, ich will nicht, nicht fern zu den Kindern, ich will nicht, dass ich in der Früh, dass ich gesagt habe, und, äh, mir war das sehr, sehr schwer. Das fängt mir auch an, dass, wenn ich über meine, äh, Vergangenheit denken, um meine Sinnen denken, dann ziehe ich Anxiety-Attacks, und, äh, nun, bis ich nicht, wo ich das wieder will, denn, weil mir heute, nachher, oder am Pritschen gehören, du kannst mir sagen, äh, wo du auch ein, wenn ich, ich, ich gebe mich, wo ich das vorhose, für ein Mensch, um, dass ich mich nicht, dass immer alles fern will. Und, äh, nun, ich habe Angst, dass ich nicht mal eine Kampagne schaue, und, was ich dann von mir wieder einmal tun kann. Und, äh, weil ich diese Zeit sah, wie wir lesen, äh, ich habe mir viele Fersen, ja, auch, wenn ich lehrt, ich sah, dass ich einige Leute lehrt, wenn ich, äh, ich war, dass ich alleine war, weil ich, wenn ich, als die Kinder, die Leute sah, die Leute an der Fersingen, an der Schuben-Gingen, an der Schleibendebeter. Und so, ich wurde an Swiss-Olauwen, liebe Frauen, auf der Schirm, auf der Bauch, um die Übungen zu lernen, ein für meine Baste, oder gut für meine Baste Lederbeeren, was a friend we have in Jesus, und opened the eyes of my heart. Und die Tiet ging vorbei, und mit meiner Anxiety attack, die Christen, vor ich wieder mit Zildon, und ich war sicherlich, dass ich ein schweres Leben hatte, wegen der, dass es dort ist. Aber ich war da so, wenn ich von der Städte nach vorne komme, dann wollte ich wirklich helfen. Und so, ich dachte, ich wurde an Google-Tree an, von wo es eine Anxiety attacks hat, und dann wollte ich sagen, dass es sicherlich, mein Leben ist schwer, ich erfahre ich nicht in Kenia, und so eine Dinge. Und dann wollte ich da zu Handrecken sein, wo wir einen Doktor fahren, und wir nehmen die Nervenpallen geben, und dann würde alles fern sein. Und das wäre nicht so. Und wenn man recht Google weiß, dass das nicht stammt, dass ich das Google-Tree anleit, dann sehe ich da, das nicht so. Zwei Unternehmen haben, wo wir anfassen, dass es auch das gar nicht gut sind, weil es nicht mehr so ist, weil es nicht mehr so ist. dass ich mich selbst verfehle. So, was will ich dann wieder tun? Ich weiß nicht, wo ich mich rührt will. Denn auch kann ich nicht schlucken, ich bete und ich rufe Gott, dass ich mich vergeben für all meine Sünden. Ich kriege alle Sünden ab und ich zeigte Gott, dass ich heute Sünden vergeben habe, dass ich heute an deinem Meer schmiede und ich brauche die Körner mehr ab. Und ich zeigte, dass ich ihn dort dann für mich. Und dann ging mir die beste Zeit für mich. Aber einmal war ich daran, dass ich nicht mehr schweig war mit meinen Sünden. Und ich dachte mir immer mehr an. Und nun, wenn ich mit mir fliege und meinen Sünden lache, dann wieder kein Schild gefällt mir. Ich fühle mich gar nicht mehr schuldig über das Sünden, dass es dort wie ein Bach ist. Und das wurde gemeint, wenn die Menschen sagen, die haben gebeten, und dann sind die wie Kind. Das ist so gut für mich passiert. Aber ich weiß nicht, was Jesus macht es für alles zu tun, aber ich kann es nicht gut sagen. Und dann, warte ich das mal einmal an, dass ich mich nicht mehr um Sünden zu beurteilen, was ich nicht da ist. Ich wäre noch nicht mehr an den Sünden, weil meine Jugend, die mich beurteilen, über das habe ich mich gefällt. Aber nicht von Tag zu Tag, weil ich aufgeregt habe, dass ich nicht mehr, dass ich mich wieder einmal da ist. Und ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr an den Sünden und nicht alles aufgemessen habe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr an den Sünden und nicht mehr an den Sünden. Und ich komme dann auch sehr unterschöpfen, dass ich eine bessere Person sein. Und das ist vielleicht, wo ich plötzlich nicht genug gute Dinge. Vielleicht, wo ich dann trete, ich mache gute Dinge, da ich sage, ich kaufe mir wie gehen, wo ich ein besser früh sein kann, ein besser machen kann, und proben zu lernen, wo ich in anderen bin, gleich nicht wie ich will. Und das hat nicht viel. Ich drehe nur Religion. Ich finde, und so, dass ich mich an der Bühne und so beurteilt habe, dass ich drei Sachen auch beurteilt habe. Die Kinder wissen, dass ich nicht mehr anwesendet habe, aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr anwesendet habe. Over diesen Zeitpunkt in Mexiko, wenn ich einen Papa bekam, und wir waren in Newlands fach, dass ich jemanden gesagt habe. Und ich habe ihn nicht von mir gesagt, dass wir ihn nicht mehr anwesendet haben, dass wir mit Mexiko-Tragen in Dupil und sagen, weil ich mich immer noch anwesendet habe, Und ich will in Mexiko bleiben und ich will das nicht tun. Ich habe Angst, wir würden zu uns in Mexiko, wir würden nicht in UK leben. Und so ein Tag, was wir lesen, dann würde ich eine Stunde dringen, hier eine Stern sein, wo ich so ein Motiv aus dem 2020 lesen. Und als wir im Hotel waren, wir waren auch da, einige Damen, die vom Fahrer ich so lesen, sah ich Deutsch. In der Fahrer sagten, ich kriege nur die Fehl vom Himmel. Der Seh nicht, und Arten nicht, und Sonnen nicht, und der Spickers. Und ich führte den Himmel vor, der da. Zeige nicht viel, wenn es sei. So, ich war auch so, man hat Gott sehr gemütet, wenn ich in Mexiko trage, ich will das nicht tun, weil ich das nicht sagen würde. Und ich würde den Titel an die Gelegenheit, dass wir ein Kind, ich habe seine Eltern nur die Farm abhossen, und wenn ich das nicht fern kann, und wenn ich das nicht fern kann, kann ich sagen, ja, dass ich das will, und wenn ich das dann bin, wenn ich vertraue, dass Gott, was mir verstanden wird von César. Und bei dieser Zeit, ich probiere es dann, woher ich kann, ich will eine bessere Person sein, ich will Frieden an Gott. und ich bin, ich kann über den Titel an, ich bin nach dem Schöne, wenn ich da wohne, wenn ich da, ich bin über die Küche oder die Tag, in der Kerstin in der Kerstin im Lied, oder ich will dann auch Frieden an, mein Gott. Und über den Titel an wir jetzt, ich sage, das ist dann, und dann von mir das, das dann, das dann, das dann, das dann, das dann, und dann, Wir waren in der Arbeit und wir waren gleich mit dem Arschluss, das wir haben. Wir waren ein Freund. Wir waren mit dem Arschluss und haben auch den Arschluss. Das war, dass wir uns mit den Arschluss-Luss-Koß und den Arschluss-Koß und den Arschluss-Koß und die Arschluss-Koß. Ich habe dann einen Tag aus Isak Dick vertraut, um jetzt wieder in der Krise zu sterben. Bei der ganzen Welt hatte ich es in 20 Jahren. Und dann war ich wieder klar. Dann kann ich so verstehen, dass jetzt wieder in der Krise zu sterben für meine Sünden. Und da habe ich nicht nur die Sünden, die ich heute tun habe, aber da habe ich noch eine Vergebung gefragt. Aus jedes Strafe und Krieg sind wir in all meinen Sünden nach einer Tocke. Dann kann ich das dort verstehen, dass Geld für all meine Sünden schulde tut. Und da kann ich nicht... Ich habe keine Sünde frei. Da kann ich nicht an Blütschen hauen. Da kann ich nicht so rum, dass es schwer ist. Da kann ich eine gute Stimme machen. Also, ich nutze, würde es noch beeindrucken. Ich habe die Schreiber und meine Sünden. Und ich habe das Gefühl, ich bin immer noch eine blessedere Werte. Und ich habe das Gefühl, ich bin immer noch eine große Kiste. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch eine große Kiste. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch ein gutes Gedan. Aber ich will nicht töten für Menschen. Ich will nicht nur noch an der Dere Zorgen sein. So, ich habe schon gesagt, dass es anders wird. Stellt mich für mich darum, dass es anders geworden wird. Meine Gemeinschaft von Gott ist so lebendig. Die Bibel, wir leben dich. Ich kann es verstehen. Ich kann ein neues Vergebnis in der Bibel sein. Ich bin ein neues Vergebnis. Ich bin ein neues Vergebnis. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Ich bin ein neues Vergebnis. Ich kann es verstehen. 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 Ich kann esquez träumen. Ich bin ein neues Vergebnis. Ich kann es dir mal 학 Fitnessmaszysta. Ich habe issten. Ich kann es anders uswischen. Ich bin sehr aufgeregt und ich drehe Worte von Gott. Ich kann auch mal beten, ich kann auch mal Bibel lesen und ich werde sehr ermutig werden. Ich weiß nicht, wie wir auch die Begriffe haben. Wenn du auf mich rauf hast, habe ich verlangen, dass ich auch von dir fassen will. Ich will auch haben, dass ich sterben soll. Ich habe mir nicht gebeten, wenn ich gute Dinge mache. Aber es ist auch die Zeit, wie du Angst hast, an mich zu sehen. Es ist nicht so gut. Wenn die Menschen nicht an Jesus gebeten und es bleibt, dass Jesus nicht an Jesus gebeten hat, wenn sie sterben, dann ist es ein Verlust. Das ist ja oder nicht. Das ist nicht schlecht, wenn man muss sein, wenn eine Hand, das passt. Das muss sein, wenn ich trinke. Und es ist so, Peter und ich kam an mich, auf mich rauf. Und als ich nicht hieß vorhin, ich war ganz ermutig, oder ich bin ganz ermutig. Ich weiß nicht, was ich wieder nicht tun will. Und an dem, an der Kinder haben wir uns, ich will eine Bibel schicklesen. Und ich will selbst, weil ich mich wachgetreten von dort und ich will nicht... Ich fahre mich besonders schillig, wenn ich die Bibel lesen werde. Und ich... Mir wird auch unmöglich. Aber ich könnte dort nicht oft sagen, wenn ich höre, dass ich von der Bibel gelehrt habe. Und mir wird auch nicht... Ich fahre mich nicht richtig, wenn ich nicht wieder sagen würde, ich will nicht mehr sagen, ich will nicht mehr, was von der Bibel sprechen. So, ich werde dort. Und die Geschichte wird nicht lesen. Ich werde nicht so lesen, dass wir... Glückwunsch auch. Vers 2020. Dörten wir ihnen dort. Und dort ist die Geschichte von dem Mond, wo der Begräber wohnt. Und das ist mir... Das ist... Das ist... Falt bei sich Gäste. Und ich habe das halt hin, so dass ich... Ich würde... Gäste dann an den Schwinden, die Paren, die Schwinhäpfenden Männern... Und dann, so hier sagt es mir, was das Mohn. Ich fahre mich so, dass ich... Ich bin das Mohn. Und ich... Gäste sohne meine Sinne fürgebe und meine Freie mehr. Und so das Mohn war auch Mäthiäzes Mät. Wenn Gäste du warst, und ich fahre mich so. Ich glaube, Mäthiäzes Mät. Ich will... Ich will... Wiedergehen mit Gäste zu. Ob ich will... Ich will... Ich will... Ich will das abstellen. Und dann sagte ich jetzt zu diesem Mann, wo der Trainer hieß, und betalte in der Familie, was ich hier tun kann für dich. Und dort war mir klar, dass ich hier verniehen wurde. Dann, in der Stadt, wie ich sagte, was ich hier in der Fräule bekomme. Und wir haben andereovolten, in der Woche kamen, dass ich hier und hier in der Frässer Zeit kam. Dann kamen ich an die Menschen zurück. Also kamen wir dort in der Frώse. Ich war mir die Schwarz-Saggäste. an welche sie nicht stehen. Ich sehnte das auch mit der Fräulein war. Die Menschen 도acht. So, I do it. I do it in WhatsApp-reporting. Checkte deine familiegruppen, fremdegruppen, alle wegene. Und se deine Menschen, dass du, was du tun für mich. Und du denkst, du sagst, meine Präzchen trägt. Ich kann die Bibel lesen, ich ber, und wir werden alles schön. Dann ging es in der Universität vorbei, und dann tue ich mich einmal in WhatsApp-freundet, wort du, 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 wirst du, чем sie straightforward. Und so gibt es ohne laissez-reignende großezipläne, sehr viele negative Dinge, und so chorus des dass das Amok-reportlich auch s ACE dabei zum Beispiel und seine St 떠19 hat. Weil damit wir nicht Crush mit dem Leben Sie sagen, dass sie es. Sie haben viele negative Dinge gesagt, und sie sehen sie. Und das ist für mich. Sie sagen, dass sie nie vor dem Storben und der Himmel sagt, dass sie es ist. Sie wissen, dass sie es nicht. Und ich weiß nicht, was ich sagen, und das wird mir vor dem Himmel gesagt. Ich fand mich, wenn ich sagte, dass sie es ist. Ich fand mich so ernst, aber da wurde ich dann sagen, dass ich noch mehr Menschen und lese eine Bibel, sage eine Bibel. Und ich sagte, dass die Bibel gesagt hat, dass ich sagen kann, dass ich an Himmel begeisterte, und ich war stolz, dass Jesus die Vorrede nicht mehr betrachtet. Der hat meine Sinne betrachtet, dass ich an Himmel bin. Und ich sagte, dass ich nicht mehr bin. Sie sind dort, dort bin ich reich. Sie will bloß bleiben, wie ich sie erlebt habe. Und vielleicht, wenn Jens wird drei kommen, dann wird sie schön sein, sorry. Und dann wird sie auch mit ihr das Mädchen. Und ich hörte auch noch mal, der Mädchen da, und ich nehme das nicht an, sie will bloß bleiben, wenn ich mich über die Gelegenheit habe. Und, äh, sodann wird mir dort stärker gemerkt, in dem sein, dass ich die Bibel sagt, dass ich von der Sache hatte. Und dann hieß eine Zeit vorbei, wo du damals einmal an mir noch von drei verschiedensten konnten, wo die Menschen mit mir alle prüfen, zu überreden, dass wir nicht euch glauben, ob wir euch wollen. und ich fang untertwiebeln. Ich fang unterbleiben, vielleicht sein, ich wirklich auch da. Ähm, du weißt, dass ich dir, äh, ich konnte bei dem jetzt, ob wir das verliegen, ob wir nicht reichen, ob wir nicht reichen, ob ich das Ding da ist. Und, äh, so, ich fang ohne auf dem Twiebeln zu sein, und ich dachte, vielleicht sein, ich doch nicht reich. Und dann war das gerade ganz armadig. Und, äh, sich, wenn du das wirst, doch wir alle in meinem Computer und vertreiben, nicht auf die Bode zu flocken. Und weiter und so, wenn du dazu bist, und so ab und so, einfach erst in die Situation gehen, ich bin zu schätzen. Und so, erinnert, ich bin zu schäuert. Und dann habe ich hier, du willst, mir noch nicht reing. Und so, ich denke, du willst, du willst, du willst, du willst, du willst, und dann du willst, dass ich die grünste Gläute und die sich so lege unten von den Glauben wegen, oder die sich so lege am Triebel, kommt die Frage, ob ich denn jetzt erkläre, dass ich die Wahrheit gesagt habe, oder dass ich den Glauben, dass ich die Friedung von den Glauben in echt besser konnte, und all meine Wahrheit, was ich tun konnte, das hat nichts gehalten, ich konnte keine Friede kriegen, und bloß gesagt, ich glaube, dass das meine Sinne betont, dann habe ich Friede. So, dann kann ich doch klar sagen, okay, du hast die Glauben, dann sende ich die Wahrheit. Und so, er freut mich so sehr, Gott, so lebendig wie er in meinem Leben, und dass er mich, wie mir wir, wenn er geschwollt hat, und er sagt, dass er die Bibel noch und wird für mich, wie er für mich, und er lehrt mich. Und dann, die beste Zeit, nur dem, dann kann Viktor nur fünfmal hier andern, und dann kann man nicht mehr umgehen, und dann fuhre ich die Hand. Und da ist ein Teil von Deutsch, der Füße habe ich mit dem Befrierungsstopp, oder bin ich auf dem Bleiben geblieben, und in Ordnung, dass ich aber ganz kurz klar war, dass ich für den Befrierungsstopp, und ich bin geblieben, aber ich dachte, ob ich keinem will, oder ich bin nach Hause mit deinem. Wo würden die Menschen denken für mich? Wo würden sie sein? Ich habe es sehr Menschen Angst. Ich würde mich aber keinem auch nicht wehren. Und dann wurde es nur dem, der mir ein Schulte für den Eben, und da habe ich gesagt, aber wenn Jesus sage ich so, würde ich auch nicht tun. Nur dem, wird Jesus alles für mich, und würde ich nicht wollen, und mich nicht nachdenken, und da habe ich mein Glück für ihn. Und dann dreißig dort in unserem Wald, da fange ich an zu bleiben, wenn eigentlich ich würde mich nie Fuß tun bleiben, dann wäre ich nicht mehr geraten. Dann, äh, dann würde ich meine Seilichert verlieren, wenn eigentlich ich würde mich Fuß tun bleiben. So, ängst, wobei ich das ist, wenn einmal war da dreißig dort nur, ich soll und warten bleiben, oder ich will einmal war da und warten bleiben, und wenn ich nicht glaube, wenn ich mich nicht würde mich laufen bleiben, dann würde ich da alle geraten, was ist. Und, äh, ich kenne einen Freund, von der Städte, wo ich da hinfuhren kann, kontakt ihn, und ich sehe darauf, wo mir da geht, und wo ich da mit schwachen habe. und, äh, 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 und fred von der städte und der Bolsonaro die in der Bibel lesen. technology博 handelt sich des dividbrauchs, mit zwei words zu erklären. Ich kann es nicht nur mehr mit denen, sondern ich habe es nicht mehr mit dem Vertrauen. Das ist nicht nur mit dem Vertrauen. Ich kann es nicht mehr mit dem Vertrauen und ich habe es nicht mehr mit. Ich habe es nicht nur mit dem Vertrauen von Philippa gesehen, dass ich in Englisch lese, in being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Lord, help me. Lord, help me. I will not strike at me. Lord, Jesus, so that I will pass on me. And I will not quater me. And Colossians 2, 1. Start off. I will not give you a chance. I will not give you a chance. But like, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in him. Rooted up, built, and built up in him and established in the faith as ye hath been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of man, after the rudiments of the world, and not after Christ. And so I quote, I can blame you. I can keep you, what I say, and I can't believe you. And you bring me so many, I love you. Und so, ein Tag, was wir Bibelschrift holen, dann lesen wir die Kolosser, 2 Vers 14. Und du sagst, dass Jesus hat die Strecke, dass jeden Angst wird, aufgelacht, dass er den Wach gebraucht hat und er hat es am Klieg genäht. Und das ist dort ein Ding, ein Ding nach und er hat mich gefreut mit Gott, wenn du denkst, wie ich noch nicht klar hatte, dass ich die Bibel habe, ich war auch gefreut mit Gott. Und ich habe mich so schön unterweiten, dass aus Jesus sehr und wie, so dass vorig, so viele Dinge aus Thudan sind passiert, dass wir dann ein Terber geworden mit Jesus, wir sind auch ein Tag gestorben, begriffen, abgestehen. Und das hat uns nun mal ein Lebensbilder geschrieben, in der Hafenreich, dort wird jeden Angst geschrieben, wie oft gelacht. Dort haben alle, die tun, nach so viel mehr, aus der Umkriegsstraße fahren, dort haben alle in den Strecke gebraucht. Und ich sage Gott, so Dank für dich.